Lege dich oder setze dich in eine bequeme Position. Dann atme tief durch die Nase ein und durch die leicht geöffneten Lippen wieder aus. Versuche deine Atmung in deine Brust zu lenken und zu spüren, wie sie sich mit der Einatmung hebt und mit der Ausatmung wieder senkt. Nehme nun wahr, wie du so da liegst. Wie fühlen sich deine Füße an? Wo berühren sie den Boden oder die Matratze? Fühlst du, ob deine Fersen beide an der gleichen Stelle in die Unterlage drücken oder ist das bei einem Fuß anders? Wie liegen deine Waden auf? Spürst du etwas unter deinen Kniekehlen? Hast du ein Kissen darunter gepackt oder schweben sie in der Luft? Wie liegen deine Oberschenkel auf? Wie liegt dein Becken auf? Hast du vielleicht das Gefühl, dass eine Seite mehr in die Unterlage drückt als die andere Seite? Liegt deine Lendenwirbelsäule flach auf oder ist sie ein wenig abgehoben und in der Luft? Wie liegt deine Brustwirbelsäule auf? Fühlst du, ob ein Schulterblatt fester im Boden ist als das andere? Ist dein Nacken unterstützt durch ein Kissen oder ist auch hier Luft? Wie liegt dein Kopf auf? Hast du ihn relativ gerade oder neigt oder dreht er sich in eine Richtung? Wie liegen deine Arme auf? Fühlst du, wie die Oberarme auf dem Boden liegen? Hast du die Unterarme auf deinem Bauch abgelegt oder neben dem Körper? Und wie fühlen sich deine Finger an? Sind deine Hände zu einer Faust geballt oder liegen deine Finger ganz entspannt? Jetzt versuche deine Finger so gut du kannst zu entspannen, sie ganz locker zu lassen. Dein Unterarm und dein Oberarm liegen ganz schwer auf der Matratze oder auf dem Boden. Mit jeder Ausatmung werden sie etwas schwerer. Auch deine Schultern entspannen nun und sinken mit jeder Ausatmung tiefer in deine Unterlage. Versuche nun die Atmung in deine Rippen zu lenken, sodass sie mit der Einatmung sich weiten und mit der Ausatmung wieder in den Körpermitte ziehen. Atme nun ganz tief ein. Und so viel du kannst wieder aus, lasse alle Luft aus dir rausströmen. Und mit jeder Ausatmung lässt du deine Arme und deine Schultern nochmal ganz schwer werden. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf dein Gesicht. Hast du das Gefühl, dass deine Lippen entspannt sind? Dass dein Kiefer ganz locker ist? Wenn du die Zähne aufeinander beißt, dann versuche diesen Abstand zwischen den Zähnen zu vergrößern. Lasse deine Augen ganz entspannt werden. Deine Stirn hat keine Falten mehr. Auch deine Kopfhaut ist ganz entspannt. Wandere nun mit deinen Gedanken die Wirbelsäule hinunter. Über deine Halswirbelsäule. Über deine Brustwirbelsäule. Zur Lendenwirbelsäule. Und hinunter zum Becken. Auch dein Becken wird jetzt ganz schwer. Und sinkt mit jeder Ausatmung tiefer in die Unterlage. Deine Beine werden auch ganz schwer. Die Oberschenkel und die Waden sinken immer tiefer. Und du merkst, wie Wärme durch deinen Körper strömt. Jetzt lege deine Hände auf deinen Bauch. Atme wieder durch die Nase ein. Und durch die leicht geöffneten Lippen wieder aus. Und versuche mit der Einatmung deinen Bauch ganz groß werden zu lassen. Und mit der Ausatmung flacht er wieder ab. Atme noch zweimal tief ein. Und zweimal tief aus. Dann bewege deine Fingerspitzen und deine Zehen. Öffne deine Augen und komm langsam wieder hier an. Und wieder reinginig state. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020